okay okay so ach komm fuck off diesem kreisspringen ist ja echt noch das einfachste daran war fuck ja das ist mega die türen finde ich auch noch simpel manchmal versuche ich den türen sprung ich finde den ersten sprung nicht ganz so simpel und diese ich ganz ehrlich sagen ich werde jetzt erstmal die chance sofort unterstellen weil das kann ich mal 5 millionen dinger nach und das geruckel hier oben geht mir schon ein bisschen auf den sack ich muss sagen ich bin wahr sein alter so was wie shitstorm roulette finde ich eine ziemlich coole idee das ist mega witzig auf jeden fall vor allen dingen man muss sich da man muss ja nicht mehr allzu kreativ werden die leute regen sich über jeden kleinen scheiß auf ja eben dass das auch mal machen als challenge strike bestrafung wäre doch super der verlierer muss eine woche lang jeden tag wenigstens einen hate loslassen wow jetzt übertreibst direkt wieder einen einzigen wird ja reichen aber aber krassen halt schon weißt du also wo man weiß der holocaust hat nicht stattgefunden ja das ist aber das ist aber keine ahnung da musst du sowas richtig krasses irgendwie bringen also was so youtube bezogen oder so ja nicht sowas mehr aber das ist so das ist schon das ist ja schon fast wieder geschmacklos wenn es geschmacklos ist auch strafbar ja richtig ja geschmacklos ist besser das stimmt wo diese von ecke zu ecke sprünge ja also hat wie geil youtube money ich sitze die ganze zeit nur rum arbeite nicht hashtag easy live abends alles arme schweine die morgens aufstehen ich wollte gerade sagen du musst auf jeden fall die leute noch verhöhnen weil das das ist dann das ist der richtige zündstoff nur zu schreiben dass man ein geiles leben hat reicht ja nicht man muss die leute noch verhöhnen ja so boah ame schweine warum machen ich selber youtube-videos weißt du hast der hashtag easy und richtig arbeiten gehen hashtag easy live oder so was ja oh gott oh gott man kann da richtig kreativ werden bei sowas ich bin mal krass dann kann der peter nämlich endlich mal schreiben wir da wirklich denkt ja auf jeden fall warum machst du da so einen gesunden so gezappel das ist doch das ist doch ja weiß ich nicht weil ich welchen nervös war also ich habe diesen von ecke zu ecke sprung noch nicht ein einziges mal geschafft ich habe den zweiten noch nie geschafft den zweiten habe ich bin mir mittlerweile nicht sicher ob sinnvoll ist die in einmal zu machen weil man sich neu ausrichten muss ich glaube auch dass man sich neu ausrichten muss weil sonst du musst auf jeden fall von spitze zu spitze weichst du doch nur ein stückchen ab hast du direkt verschissen na richtig oh gott jetzt habe ich den ersten nach schon wieder nicht geschafft alter das ist so schwierig ja ja aber wir sind ja hier nicht aus zucker ne 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 aber regen mache ich trotzdem aus hat doch den system mitgekriegt um william chesner wird er nicht bei lennart niemals beerdigung war chetner heißt er ja entschuldigung chester ja genau der 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 trula ja übersetzt wir sollten er da nicht daran teilgenommen weil der bei einer wohltätigkeitsveranstaltung war und der hat halt lieber daran teilgenommen statt zur beerdigung zu gehen von seinem freund vielleicht waren ja gar nicht freunde vielleicht doch gerade sagen das ist nämlich das was die presse jetzt voraussetzt dass die freunde sind vielleicht hat er vielleicht hat er sich auch gedacht der typ war ein richtig mieser motherfucker dem wir da nichts zu tun haben das darf nicht wahr sein das habe ich den zweiten sprung nicht geschafft wenn ich das richtig sehe kommen danach noch ein paar ja weiß was ich glaube du kannst du kannst länger bei diesen spitzen rennen als du denkst ja das kann gut sein also ich glaube man man traut sich nicht nicht da irgendwie noch ein stück zu rennen ich muss auch nach unten gucken dabei muss das sehen wie lange ich noch rennen kann hallo kannst du jetzt mal bitte spränden gewächster boah alter ich bin gerade so inkompetent ich habe den ersten sprung nicht mehr auf dem block drauf so endlich mal wieder auf dem block drauf jawoll guck mal da einmal meckern schon geht halt aber jetzt so mittlerweile funktionieren die hier vorne ganz gut muss ich sagen ja ständig 100% also ich habe jetzt dritte mal eine folge geht ganz gut und spaß wie bei der tür hier auch so inkompetent der geht auch so weit wie möglich nach rechts einfach nur und dann rennt ihr gerade aus oder ne ich springe ehrlich gesagt schräg ich bin auch mal schräg schräg spring ist voll der schrägpferde kann man nicht abkürzen kann man nicht nach rechts springen ich dachte bram steht noch nicht mehr drauf bei mir sorry ich habe dich nicht gesehen ja dann spring mal ich bin drüber gesprungen ich bin über den zweiten drüber gesprungen das kann nicht wahr sein das muss man auch erstmal schaffen oh man aber du hast glaube ich recht man kann weiter rennen als man denkt ja das ist so boah das kann nicht wahr sein ey so next try da ist so weit haben wir ja nicht geschafft danach ist easy habe ich gehört ich glaube da geht das nochmal weiter mit dem ich muss mir das sofort nochmal genau angucken was da passiert ich gucke mir das dann an wenn ich irgendwann mal da bin naja oder so boah mit auf dem boden gucken funktioniert das fast ich wollte gerade schon sagen ganz easy nein der erste war meiner Meinung nach ganz easy aber dann bin ich beim zweiten wieder nicht weit genug gelaufen aber die hier mache ich mittlerweile jedes mal die sind die sind simpel da gibt es auch einen special trick da gibt es einen special trick ok ja aber dafür muss man ich sein sonst kann man das nicht ach ja ok muss in den gamemode gehen oder was in den gamemode ja in den gamemode so warte jetzt muss ich nach unten gucken ach das war wohl nix alter wie weit wie lang man rennen kann einfach nur ja aber ich bin gerade zu weit gerannt ja peter das ist natürlich jetzt ein first world problem ne ich hab nix gesehen peter was soll das ich habe auch nix gesehen habe es trotzdem geschafft da trennt sich die spreie vom voilzen vom voilzen du bist ja echt ja da trennt sich echt die spreie vom voilzen die spreie vom voilzen das bitte als folgenname ja adventure webs haben keine folgennamen weiß ich peter alter oh mein gott es tut mir so leid da zieht der mir die Tür unter am arsch weg oh mein gott es tut mir leid das hat der absichtlich gemacht nein hab ich nicht wirklich nicht man kann in meiner aufnahme sehen ach scheiße dann ich das nicht gesehen habe dann gehe ich gerade los und dann wenn ich springe und dann merke ich so ups wo ist die Tür hin scheiße bei dem hätte ich es gemacht weißt du ja wahrscheinlich jetzt habe ich bad karma oh boah der hat den zweiten sprung gemacht oh nein lass mich raten danach kommen noch mehr davon ja klar ein standard ich glaube da kommen sogar noch drei stück danach nice ja aber jetzt mache ich das jetzt habe ich sicher so langsam kriegt das gefühl dafür ich lass mich jetzt gar nicht gestorben und dem shit lasse ich mich nicht oh spaß peter ich komme nicht mehr da raus ich bin gebrochen ich bin also jetzt hier oh boy so motivation zurück jetzt gehe jetzt mache ich das alles peter ja habe ich gut gemacht boah wie ich einfach auf der Tür nie sprinte war also nie springe meine ich der wahnsinn da 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 Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wenn ich ganz ehrlich bin. Bin doch nicht im April? Ich hätte jetzt Mai gesagt. Echt? 27? Ne, ich weiß es nicht. Oh ne, Regen will ich nicht. Oh ne, bitte nicht. Muss ich kurz warten. Ich hoffe, dass dieses Jahr noch ein Mass Effect rauskommt. Ich glaube da zwar nicht dran, aber ich hoffe da irgendwo. Ne, das glaube ich auch nicht. Jetzt war ich aus dem Flow raus. Scheiß Regen, ey. Bitte Bram, räche dich nicht. Leute. Soll ich mich denn rächen? Das war ja in Versehen, das war ja kein Mausschass. Geil. Erstmal in dem Kreis bewundterfahren. Sehr gut. Wie kann ich den ersten Sprung immer schaffen und dann verkacken? Ah! Okay. Ah! Nein! Ja, fuck! Shit! Fehler war schon ganz schön weit. Ja! Ja! Doch, jetzt der Nächste. Ja! Huch! Boah, nicht schon wieder! Jetzt falle ich doch wieder runter! Was war ich denn hier? Oh! Warte. Oh! Alter, Peter weiß ich, wie viele da noch kommen. Ja! Komm schon! Ja! Und du? Ja! Ich hab's geschafft, ihr Bitches! Oh! Oh! Und hast du die einzeln gemacht? Ja! Aber ich sag ja, du darfst nicht unterbrechen und du kriegst auf jeden Fall ein Feeling dafür. Oh! Der steht gerade auf der Tür, ja? Ja! Ist okay! Ich guck mir das jetzt an! Boah, Alter! Geiß, Alter! Ne! Zu früh! Fuck! Oh Gott, hier ist ein Checkpoint! Oh Gott! Ja, ich hab den nämlich gesucht! Sorry, ich muss mir einmal kurz mal Nacht machen. Ja, da macht ja nix. Damit ich hier offiziell den Schritt geschafft habe. So, jetzt kann ich euch wieder zu gucken. Habe ich den Türspruch nicht geschafft. Wie schlecht war das denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sprünge. Alter! Und der letzte ist nochmal besonders knifflig. Weil da musst du nämlich von der Ecke losspringen und um eine Ecke rumspringen. Lol! Ja! Gerade ausspringen ist nicht, weil dann bleibst du an der Kante hängen. Oh Gott! Boah, ich muss sagen, das ist eine... Peter, das ist ein zutiefst befriedigendes Gefühl, das man geschafft hat. Ja, das glaube ich dir. Gerade bei der Challenge jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter! Okay. Konzentration. Oh, scheiße. So, und wieder im Kreis nach oben. Ja. Ah, warte, ist das Schöne. Ach, okay, also. Let's do this. Pfff. Okay. Eins. Okay, verkackt. Das kann echt nicht wahr sein. Sieben Sprünge. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Da ist er. Ich habe den ersten schon nicht geschafft. Habe ich mich wieder nicht getraut, ein Schrittchen weiter zu gehen. Und wieder im Kreis nach oben springen. Ja, überraschenderweise ist der Schlüssel zum Erfolg, zum richtigen Moment abzuspringen. So wie bei fast jedem Sprung. Kaum zu glauben, oder? Ja. Peter steht gerade auf der Tür, ja? Ja, ist okay. So, komm schon, jetzt hier. Ganz nach hinten. Scheiße, ich habe den Flug schon gemerkt. Ach, shit, ey. Ja, geil. Sexualität, ey. Guter Start. Fuck! Motherfucker Reno, alter. Geil, Alter. Motherfucker Reno! Boah, das macht mich echt ein bisschen aggressiv. Peter, ist das eigentlich ein hartes Leben, wenn man so scheiße ist? Keine Ahnung, Mann. Wie, keine Ahnung? Du musst halt doch wissen. Nee, ich bin ja nicht so scheiße. Ey, hast du jetzt einmal was geschafft, oder was, ey? Ja, korrekt, genau so sieht es halt aus. Du musst direkt hier wieder dicke Nase raushängen lassen. Ist gemein. Nein, das stimmt. Tut mir leid. Right in the Fields. Ja, geil. Erstmal, jawohl, geil. Erstmal zweimal runterfallen beim Kreis da oben springen. Ganz groß, Alter. Jetzt werde ich nervös. Alter, gib uns sonst was geiles in der Welt. Ja, ich habe leider schon das Maximum ausgeschöpft, was diese Seite zu bieten hat. Und andere Revolverblätter kenne ich jetzt leider nicht. Revolverblätter ist ein cooles Wort. Hehehe.